Hallo und herzlich willkommen zum Update für Mera Luna, das Festival in Hildesheim. Keine großen Änderungen im Vergleich zum vorherigen Wetterbericht. Es ist immer noch so, dass der Samstag ein bisschen bevorzugter ist. Allerdings den ganz großen Sonnenschein darf man nicht erwarten, aber immerhin wolkig, ein paar Auflockerungen. Die Temperaturen am frühen Morgen 15 Grad, am Nachmittag geht es dann immerhin auf 23 Grad rauf. Und dann kommt der Sonntag, da sieht es nicht mehr aus, als ob es dann noch groß Sonne gäbe, wenn überhaupt. Wahrscheinlich nur wenig bis kurze, bis gar keine Auflockerungen. Der große Vorteil allerdings, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, aber wenn man nachts unterwegs ist, wird es eine wirklich laue Nacht geben von Samstag auf Sonntag. Bei Mera Luna nicht gerade eine Tropennacht, das wäre dann nicht weniger als 20 Grad, aber Tiefstemperatur 17 Grad, Nachmittag 22 Grad. Im Laufe des Tages zunehmend Schauer und möglicherweise auch Gewitter. Also einfach aufpassen bei Gewittern, dass man dann nicht mit einem Kupferdraht in der Hand irgendwo auf der großen Fläche rumläuft. Also der Sonntag dann deutlich nasser im Laufe des Tages. Trotzdem viel Vergnügen und Tschüss. shad schauber. 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 Vielen Dank.